Im Teil 2 zum Röhrenverstärker geht es um die Endstufen und da gibt es auch wieder viele Parallelen zum Transistorverstärker. Die üblichen Endstufen arbeiten wieder im Klasse A Betrieb oder im Gegentakt als AB Verstärker. Der Klasse D Verstärker macht wenig Sinn, denn das Ziel auf möglichst kleinem Raum den Verstärker mit möglichst wenig Wärmeabgabe aufzubauen, können wir bei der Röhre ja vergessen. Außerdem würde man das verlieren, wofür sich viele ja noch für den Röhrenverstärker interessieren, nämlich den typischen Röhrensound. Ich hatte außerdem angekündigt, dass wir uns etwas näher mit dem Ausgangsübertrager beschäftigen. Dazu gab es im Vorfeld schon ein paar Fragen. Das eine betrifft die Beschaffbarkeit der Materialien, also Wickeldraht und Eisenkern. Für den Draht ist im Prinzip jeder Draht geeignet mit entsprechendem Querschnitt. Man verwendet aber solchen Kupferlackdraht, also Draht mit nur einer dünnen Lackisolierung, damit auf dem Spurenkörper möglichst viele Wicklungen Platz finden. Den bekommt man aber ganz normal im Busterbedarf. Anders sieht es schon aus mit dem Eisenkern. Da ist es schwer irgendeine Empfehlung zu geben, weil sich die Lage praktisch täglich ändert. Es gibt hin und wieder einige Angebote auf Ebay, die aber keine große Auswahl bieten, was die Größe der Eisenkerne angeht. Da muss man einfach zuschlagen, wenn es dann soweit ist. Eine der wichtigsten Bezugsquellen sind dann wohl alte Geräte. Also einfach mal umhören, ob jemand ein altes Gerät loswerden will und bevor das auf dem Schrott landet, sollte man dann alles, was brauchbar ist, ausschlachten. Den alten Draht weiterzuverwenden ist nicht unbedingt die beste Idee, denn der Lack könnte mit der Zeit spröde geworden sein und beim erneuten Wickeln abplatzen, sodass dann Kurzschlüsse zwischen den Windungen entstehen und man sich wundert, warum nichts mehr funktioniert. Die zweite Frage drehte sich darum, wie wickelt man denn den Spurenkörper? Nun, für einmal einen Übertrager oder einen Netztrafel wird sich niemand eine motorisierte Wickelmaschine mit automatischer Drahtführung zulegen. Nur mit der Hand zu wickeln ist sehr mühsam und man darf sich dabei nicht verzählen. Bei der Gelegenheit ist mir wieder ein Buch aus meiner Anfangszeit in den Sinn gekommen. Hier ist eine handbetriebene Wickelmaschine in allen Details beschrieben. Und wer etwas handwerklich begabt ist, der kann sich daran ja mal versuchen. Kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Und wieder einmal herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Die Klasse A Röhrenendstufe unterscheidet sich kaum von der Vorstufe, die ja auch im A Betrieb arbeitet. Optimal ist es Röhrentypen zu benutzen, die für den Zweck entwickelt wurden. Sehr verbreitet und beliebt sind dabei die EL84 oder für etwas mehr Dampf in der Röhre die EL34. Das Datenblatt gibt uns wieder jede Menge Informationen. Der erste Blick geht normalerweise zu den absoluten Grenzwerten. Hier entnehmen wir den maximalen Gitterableitwiderstand bei automatischer Vorspannungserzeugung mit einem Megaohm. Und wir finden auch die typischen Betriebsdaten im Klasse A Betrieb. Wenn wir die übernehmen, ist die Schaltung absolut nachbausicher. Wir brauchen bei 250 Volt Anodenspannung eine Gittervorspannung von minus 7,3 Volt. Die ist natürlich höher als in der Vorstufe, denn die Endröhre wird stärker angesteuert und wir wollen ja nicht in den Bereich der positiven Gitterspannung kommen. Der Kathodenwiderstand soll 135 Ohm sein, ein sehr unüblicher Wert. 130 Ohm sind auch in Ordnung. Der Anodenwiderstand ist 5,2 Kiloohm. Das ist wichtig für die Berechnung des Ausgangsübertragers. Es fließen knapp 50 mA und die Ausgangsleistung liegt dann bei 6 Watt. Auch den Wert brauchen wir für den Übertrager. Und das ist die fertige Schaltung in Verbindung mit der Vorstufe aus dem ersten Video. Anstelle des Anodenwiderstandes liegt die Primärspule des Ausgangsübertragers. Auffällig ist noch der 1 Kiloohm Serienwiderstand am Gitter, der ein wildes Schwingen im Hochfrequenzbereich vermeiden soll. Er bildet mit der Eingangskapazität der Röhre einen Tiefpass und hält Hochfrequenzen vom Gitter fern. Bei der EL84 ergibt das mit einer Eingangskapazität von 10,8 Pico Fahrrad eine Grenzfrequenz von knapp 15 MHz. Eine ähnliche Aufgabe erfüllt auch der Schirmgitterwiderstand. Ob der sogenannte Gridstopper überhaupt notwendig ist und in welcher Höhe hängt stark von der Verdrahtung der Schaltung ab. Röhrenschaltungen reagieren relativ sensibel auf ungünstige Leitungsführung. Grundsätzlich sollte man alle Schaltungsteile an einem gemeinsamen Massepunkt zusammenführen, damit keine Brummschleifen entstehen. Und Verbindungen sollten möglichst kurz gehalten werden. Bremsgitter und Kathode sind schon innerhalb der Röhre verbunden. So ähnlich hatte ich den Verstärkershow vor einigen Monaten aufgebaut, viele werden das Video dazu bereits kennen. Mit der EL34 ändert sich nicht viel an der Endstufe. Die Gittervorspannung ist etwa doppelt so hoch, aber auch der Anodenstrom. Der Ausgangswiderstand liegt bei 2 Kiloohm und wir erreichen eine Ausgangsleistung von 11 Watt. Um zu zeigen, dass man prinzipiell auch mit anderen Röhren aus der Bastelkiste experimentieren kann, habe ich mir die Strahlbündelröhre EL81 vorgenommen. Das ist übrigens der gleiche Typ, den ich im Grundlagenvideo zur Elektronenröhre zerlegt habe. Auffällig ist nicht nur, dass der Anodenkontakt extra herausgeführt ist, sondern auch die sehr hohe Gittervorspannung von fast minus 40 Volt. Das ist ein Kandidat für eine externe Gitterspannungserzeugung. Ich benutze dafür mein Labornetzteil. Auch der Ausgangswiderstand ist recht hoch. So sieht mein Schaltungsentwurf aus. Die Ausgangsleistung dürfte bei etwa 4 Watt liegen. Und das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis. So ist das Ergebnis. Das gleiche erreicht man mit nur einer Verbundröhre. Hier ein Beispiel für einen 4 Watt Verstärker mit einer PCL bzw. ECL 86. Verbundröhren neigen noch mehr zum Schwingen und sind deshalb oft nur durch eine Gegenkopplung zu bändigen. Dazu wird der Kathodenwiderstand der Vorstufe aufgeteilt und nur zum Teil für Wechselspannung überbrückt. Das Signal wird von der Sekundärspule des Ausgangsübertrages abgegriffen und über den Widerstand lässt sich der Grad der Gegenkopplung einstellen. Mit bestimmten RC-Gliedern im Rückkopplungszweig kann man die Gegenkopplung auch frequenzabhängig machen und so den Frequenzgang des Verstärkers beeinflussen. Um den Ruhestrom des Verstärkers zu senken und die Ausgangsleistung zu erhöhen, wurden schon zu Röhrenzeiten zwei Röhren im Gegentakt als Klasse B bzw. AB Endstufe betrieben. Im Gegensatz zum Bipolartransistor gibt es aber keine komplementären Röhren mit entgegengesetzter Leitfähigkeit. Zur Aufteilung des Signals ist deshalb immer eine Phasenumkehrstufe notwendig. Das könnte man zum Beispiel durch einen Übertrager mit zwei Sekundärwicklungen machen. Ein Übertrager bedeutet aber immer zusätzliches Gewicht und Qualitätseinbußen. Die bessere Lösung ist deshalb eine aktive Phasenumkehrstufe. Dazu wird das Kathodenpotenzial der Röhre mit einem Widerstand in Höhe des Anodenarbeitswiderstandes hochgelegt. Das Signal kann jetzt gegenphasig an Anode und Kathode abgegriffen werden. Die Endstufe bietet keine größeren Überraschungen. Nur der Arbeitspunkt liegt im B- oder AB-Betrieb bei kleineren Ruheströmen. Dazu bekommt die Röhre eine höhere Gittervorspannung. Wir befinden uns aber in einem sehr nicht-linearen Bereich der Kennlinie. Echte B-Verstärker werden nur für Großbeschallungen eingesetzt. Bei kleinen Aussteuerungen machen sich die Übernahmeverzerrungen sehr unangenehm bemerkbar. Das Datenblatt ist wieder unser Freund und gibt uns die nötigen Angaben auch für diese Betriebsarten. Lag die Gitterspannung der EL84 im Klasse-A-Betrieb bei minus 7,3 Volt, liegt sie beim Klasse-B-Verstärker wesentlich höher. Das ist eine bewährte Schaltung für einen 12-Watt-Gegentaktverstärker mit 2 EL84 und einer Doppeltriode ECC83. Das erste Triodensystem dient der Signalverstärkung und die zweite Triode ist die Phasenumkehrstufe. Die Gittervorspannung der Endröhren wird über einen gemeinsamen Kartonwiderstand erzeugt. Der Ausgangsübertrager braucht jetzt zwei gleiche Sekundärwicklungen und setzt beide Halbwellen wieder zusammen. Mit der kräftigeren EL34 kann man im Klasse-B-Betrieb bis zu 100 Watt herauskitzeln, denn die Röhre verträgt Spannung bis 800 Volt. Eine andere Methode die Leistung zu erhöhen und den Innenwiderstand der Endröhren zu verringern ist die Parallelschaltung von zwei gleichen Röhren. Hier eine Endstufe mit insgesamt 4 EL34. Es empfiehlt sich, ausgemessene Röhrenquartetts mit gleichen technischen Daten zu verwenden. Zur Ansteuerung der Endröhren ist nach der Phasenumkehrstufe eine weitere Verstärkerstufe notwendig. Für einen Stereoverstärker braucht man dann insgesamt 8 Endröhren. Damit kann man wahrscheinlich das Zimmer heizen oder braucht ein kleines Kraftwerk zur Versorgung. Allein der Heizstrom der 8 Endröhren liegt bei insgesamt 12 Ampere. Während die Schaltungstechnik an sich nicht kompliziert ist und sich immer wiederholt, fehlt uns noch ein wichtiges, aber notwendiges Element, der Ausgangsübertrager. Bevor wir ein konkretes Beispiel rechnen, müssen wir uns über drei Dinge bzw. Probleme, die beim Übertrager eine Rolle spielen, unterhalten. Punkt 1, die Impedanzanpassung, die die eigentliche Aufgabe des Übertragers ist. Als zweites geht es um die magnetische Sättigung des Eisenkerns. Und zuletzt um die Qualität, d.h. Frequenzgang und Effektivität, also Wirkungsgrad. Am Verstärkereingang arbeitet man mit einer Spannungsanpassung. Das bedeutet, es ist immer besser, wenn der Eingangswiderstand des Verstärkers höher ist, als der Innenwiderstand der Quelle, damit möglichst viel Spannung am Verstärker ankommt. Bei der Endstufe wollen wir aber möglichst viel Leistung auf die Lautsprecher bringen. Und die ist das Produkt aus Strom und Spannung. Den Strom berechnet man aus der Signalspannung durch die Summe beider Widerstände. Man könnte jetzt über Differentialrechnung das Maximum der Funktion ausrechnen. Das will ich mir sparen. Stattdessen habe ich ein paar fiktive Werte eingesetzt und die Tabelle zeigt, dass die Leistung am höchsten ist, wenn Ein- und Ausgangswiderstand gleich groß sind. Leistungsanpassung ist gleich Widerstandsanpassung. Würde man den Lautsprecher mit wenigen Ohm an die Endstufe mit einigen Kiloohm anschließen, würde nicht viel dabei herauskommen. Zur Anpassung dient der Ausgangsübertrager. Die Endstufe arbeitet auf die hochohmige Primärspule und der Lautsprecher wird aus der niederohmigen Sekundärspule versorgt. Aus dem Grundlagenvideo zur Spule wissen wir, dass die Ein- und Ausgangsimpedanz proportional zum Quadrat der Windungszahl ist. Für eine verzerrungsfreie Übertragung muss sich das Magnetfeld im Spulenkern linear mit dem Signal ändern. Der Kern lässt sich aber nicht beliebig stark magnetisieren. Irgendwann tritt eine Sättigung ein und eine Erhöhung des Primärstroms hat kaum noch einen Effekt. Den Bereich müssen wir meiden. Schwierig wird's beim Klasse-A-Betrieb, da in Ruhe bereits ein Gleichstrom fließt, der den Kern stark vormagnetisiert. Als Gegenmaßnahme erhöht man den magnetischen Widerstand des Eisenkerns, indem man den Magnetkreis durch einen Luftspalt unterbricht. Bei M-förmigen Eisenblechen gibt es Ausführungen mit eingebautem Luftspalt an der Mittelzunge. Die Länge des Luftspaltes liegt dann aber fest. Besser eignet sich der II-Schnitt mit getrennten Eisenpaketen. Dort kann man die Länge des Spaltes durch dünne Zwischenlagen selbst bestimmen. Leider erhöht der Luftspalt auch das magnetische Streufeld und verringert die Effektivität. Und damit sind wir beim Punkt Qualität der Übertragung. Wer das Optimum aus seinem Übertrager herauskitzeln möchte, muss sich dazu weiter belesen. Für eine gute Übertragung tiefer Frequenzen ist ein möglichst großer Eisenquerschnitt erforderlich. Wir werden das noch bei der Berechnung sehen. Um eine möglichst starke Kopplung zwischen den Spulen zu bekommen, kann man zum Beispiel die Primärwicklung aufteilen. Man wickelt zuerst nur die Hälfte, dann die Sekundärwicklung und darüber dann die zweite Hälfte der Primärwicklung. Leider erhöht sich dadurch auch die Wicklungskapazität, was nachteilig für die Übertragung der hohen Frequenzen ist. Es gibt da ganz ausgefallene Wicklungstechniken, wie man die Wicklungen aufteilt und über und nebeneinander verschachtelt. Ich verlinke den Artikel mal in der Videobeschreibung. Als Beispiel berechnen wir mal den Ausgangsübertrager für den 6 Watt Klasse A Verstärker mit der EL84 anhand von Formeln für den Praktiker. Die Impedanz der Röhrenendstufe liegt bei 5,2 Kiloohm. Als Lautsprecher will ich meine Kompaktboxen mit 4 Ohm benutzen. Und wir müssen 6 Watt übertragen. Im ersten Schritt berechnen wir den benötigten Eisenquerschnitt. Er hängt ab von der Leistung und der tiefsten zu übertragenen Frequenz. Ich setze mal 50 Hertz an. Das ergibt einen Eisenquerschnitt von 6,92 Quadratzentimetern. Ein EI 78 Kern wäre prinzipiell möglich. Wir nehmen für eine bessere Qualität einen EI 84A mit einem Querschnitt von 7,8 Quadratzentimetern. Den Luftspalt berechnen wir mit 0,34 Millimeter. Da der Spalt zweimal auftritt, einmal am Mittelsteg und an den beiden halb so breiten äußeren Stegen, muss die Zwischenlage 0,17 Millimeter stark sein. Mit der Formel für die primäre Windungszahl kommen wir auf 3030 Windungen. Für die Sekundärwicklung reichen 85 Windungen. Um die Drahtdurchmesser auszurechnen, brauchen wir die Ströme. Durch die Primärwicklung fließt der Rohestrom von 49 Milliampere plus einen Wechselstrom von Wurzel aus 6 Watt durch 5,2 Kiloohm gleich 34 Milliampere. Also insgesamt 83 Milliampere. Auf der Sekundärseite fließen etwa 1,22 Ampere. Bei Transformatoren und Übertragern rechnet man mit einer mittleren Stromdichte von 2,55 Ampere pro Quadratmillimeter, damit die Wicklungen nicht zu warm wären. Der Leiterquerschnitt ist eine Kreisfläche, Pi mal d halbe Quadrat. Daraus ergibt sich ein Drahtdurchmesser der Primärspule von 0,21 Millimetern. Und sekundär 0,78 Millimetern, also ein Draht mit 0,8 Millimetern Nenndurchmesser. Wenn ich jedes Mal neu rechnen will, kann die Werte auch aus der Tabelle, die ich auf meiner Homepage habe, direkt ablesen. Damit haben wir alle Daten zusammen. Das war ein kurzer Überblick über die Dimensionierung von Röhrenverstärkern. Es bleibt aber noch genug Spielraum für eigene Experimente. Und dazu wünsche ich euch viel Erfolg und Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.